Hallöchen ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich heute euch, nachdem endlich alle meine Bücher da sind und auch alle in den Regalen stehen, möchte ich euch zum ersten Mal meine begonnenen Buchreihen vorstellen. Und ich musste feststellen, dass das 45 Stück sind und ich behaupte, ich habe welche vergessen und ich habe einige rausortiert, die sowieso eingestellt worden sind. Und deswegen wird es drei Teile geben, also drei Videos, in denen ich euch die Bücher vorstelle, weil ich glaube, sonst wird das zu viel. Und heute stelle ich euch die ersten 16 Reihen vor. Ich wünsche euch viel Spaß! Ich habe unheimlich viele Buchreihen begonnen. 45 Stück, habe ich eben schon erzählt und das sind mehr, als ich erwartet hatte. Ich habe meine gesamten Buchreihen bereits einmal auf meinem Blog aufgelistet und schreibe da auch immer alles neu rein, wenn neue Wände rausgekommen sind oder wenn ich neue Bücher habe. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox, da könnt ihr schon mal reinstöbern, wenn ihr wollt, denn immerhin sind wir ja jetzt erst beim ersten Video von dreien. Und zwar habe ich euch aus meinem gelesenen Regal jeweils den ersten Band der Reihe rausgesucht, den ich euch vorstellen möchte. Und ja, es sind alles Reihen, die ich angefangen habe zu lesen und die ich noch nicht abgeschlossen habe. Also, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Kurze Info noch vorweg. Ich habe sie ganz grob nach Autoren sortiert. Also, wir werden jetzt hier bei A anfangen und ich glaube bei G aufhören und im Endeffekt geht das dann weiter bis Z. Das folgt dann aber in den kommenden Videos. Also, wenn ihr nur bestimmte Autoren sehen wollt, müsst ihr einfach nach den Buchstaben ungefähr grob gucken. Es ist nicht hundertprozentig sortiert, aber so grobe Orientierung gibt es halt schon. Und wir fangen an mit dem B. Aus dem Carlsen Verlag habe ich die Reihe Grisha angefangen von Laibadurgo. Und hier habe ich den ersten Band Goldene Flammen. Kurze Geschichte dahinter. Ich habe diesen ersten Band zusammen mit meiner Schwester gekauft, weil wir beide uns dachten, naja, komm, klingt eigentlich ganz gut. Letztendlich hatte ich dann irgendwann noch den zweiten da. Meine Schwester hat die Reihe dann das erste zuerst gelesen, fand sie super und dann habe ich sie gelesen. Ich habe allerdings erst Band 1 und Band 2 gelesen. Es ist jetzt über ein Jahr her und der dritte fehlt halt einfach noch. Aber das könnte eine Reihe sein, die ich demnächst irgendwann mal beende. Da mir die ersten beiden Bände auf jeden Fall sehr gut zugesagt haben. Um es kurz zu machen, werde ich jetzt mal nicht auf den Klappentext eingehen. Wer sich den Klappentext genauer angucken möchte, kann unten in der Infobox nachgucken. Da habe ich euch die Bücher einmal alle verlinkt. Da könnt ihr euch dann einmal angucken, einmal durchlesen, worum es eigentlich geht. Aber ich kann euch sagen, es handelt sich auf jeden Fall um einen Fantasy-Roman. Und der hat mir super gut gefallen eigentlich. Also ich war sehr positiv überrascht. Ich mochte den Schreibstil. Und der dritte Band ist halt einfach noch nicht da. Und also in meinem Regal noch nicht da. Und irgendwie... Ja, haufert es da gerade ein bisschen mit dem Weiterlesen. Auch der nächste Autor beginnt mit einem B. Dieser dicke Schinken. Und zwar rede ich von Ashes von Ilsa J. Big. Und ich habe hier den ersten Band, Brennendes Herz. Und das ist tatsächlich auch der einzige Band, den ich von dieser Reihe gelesen habe. Es ist eigentlich eine Trilogie ursprünglich im Englischen. Im Deutschen ist es eine Quadrologie geworden, weil der letzte Band aufgesplittet worden ist. Unnötige Geldmacherei, wie ich finde. Aber an Betracht der Tatsache, dass die Bücher auch relativ dick sind, okay, gut, es sei ihnen verziehen. Scheinbar gab es ja genug Seiten, um sie aufsplitten zu können. Von dieser Reihe habe ich tatsächlich den zweiten Band bereits auf meinem Sub liegen. Ähm, ich habe auch schon mal angefangen, ihn zu lesen. Allerdings hatte ich die Connection nicht so ganz so schnell gefunden. Und es ist halt schon ein ordentlicher Schinken. Und da habe ich mich halt einfach noch nicht rangewagt. Es ist aber auf jeden Fall eine Dystopie. Und das aus dem Ing-Verlag. Und der Ing-Verlag hat auf jeden Fall bei mir ein Stein im Brett. Und Dystopien natürlich auch sofort. Und dieser erste Band hat mir auch ganz gut zugesagt. Deswegen muss ich unbedingt die Reihe irgendwann weiterlesen. Allerdings wird es nicht in nächster Zeit der Fall sein. Ich weiß auch nicht. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ebenfalls aus dem Ing-Verlag kommt nun ein Thriller, der eine Reihe beginnt. Und zwar von Veronika Bicker. Optimum. Blutige Rosen. Es ist allerdings nur ein Zweiteiler. Also keine ganz so lange Reihe. Und eigentlich müsste man meinen, dass ich die doch recht schnell beenden könnte. Ähm, das ist auch eigentlich ein Plan. Also der zweite Band ist bei mir halt noch gar nicht eingezogen. Aber der erste Band hat mir eigentlich ganz gut zugesagt. Auch wenn es ein Thriller war. War ich eigentlich ganz positiv überrascht, denke ich. Und zumindest habe ich es positiv in Erinnerung. Und, ähm, ja. Also letztendlich fehlt mir einfach der zweite Band. Und dann wahrscheinlich die Zeit hinzulesen. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt so ein großes Bedürfnis habe, diese Reihe direkt schnell zu beenden. Wenn ich den zweiten Band jetzt anfangen würde, dann eigentlich mehr aus der Intention heraus, diese Reihe dann tatsächlich mal, naja, zu beenden. Der nächste erste Band kommt aus dem Luxe Verlag. Und zwar handelt es sich um Nightshade von Andrea Kremer. Ist das nicht ein schönes Cover? Es ist tatsächlich schon eine ewig lange Zeit her, dass ich diesen ersten Band gelesen habe. Aber es geht um Wehrwölfe. Oder zumindest um Wölfe und Menschen. Und ich glaube, es waren Wehrwölfe. Und Rudel und Intrigen. Und eigentlich fand ich es ganz schön. Also es war jetzt kein super Top-Buch, aber ich fand es eigentlich ganz gelungen. Den zweiten Band habe ich tatsächlich mittlerweile auch in meinem Regal stehen. Ich glaube allerdings, dass es eine Trilogie ist. Also wird da noch ein dritter Band hinterher kommen müssen. Aber mit dem zweiten Band liebäugle ich tatsächlich zwischendurch schon immer mal wieder. Und ich habe ihn mir ja nicht ohne Grund gekauft. Also ich denke, diese Reihe werde ich irgendwann mal zu Ende lesen. Insbesondere dann, wenn ich mal wieder Lust auf Wehrwölfe habe. Weiter geht es mit einer Reihe, die mir unheimlich gut gefallen hat. Und ich weiß nicht, warum ich sie noch nicht beendet habe. Christine Kascher mit Die Beschenkte. Das ist der Auftakt der Reihe Die Sieben Königreiche. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Weiter geht es auf jeden Fall mit Die Flamme. Das Buch steht auch hier hinter mir im Regal. Ich weiß gerade nicht, ob ihr es sehen könnt. Und folgt... Ich weiß tatsächlich nicht, wie der letzte Band heißt. Aber da kommt ein dritter Band hinterher. Und die ersten beiden haben mir so sehr gefallen. Und das sind auf jeden Fall Charaktere, die zusammenhängen. Aber hier wird halt... Die Katze steht hier im Mittelpunkt. Im zweiten Band steht jemand anderes im Mittelpunkt. Und den Mittelpunkt des dritten Bandes habe ich im zweiten Band schon kennengelernt. Und ich würde eigentlich unbedingt weiterlesen, weil das so eine schöne Reihe ist. Aber ich habe einfach noch nicht den dritten Band bisher bei mir. Und doch, ich weiß, dass diese Reihe... Diese Reihe will ich auf jeden Fall bald mal beenden, weil sie mir sehr zugesagt hat. Und zwar habe ich diesen ersten Band gar nicht von mir ausgekauft, sondern ich habe ihn gewonnen. Ich habe ihn... Ich glaube vom Verlag oder von einem Bücherportal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ihn auf jeden Fall zugeschickt gekriegt. Und in so einem kleinen Paket. Und da war dieser erste Band mit drin. Ansonsten hätte ich ihn mir wahrscheinlich niemals gekauft. Aber ich bin super, super froh, dass mir so quasi ermöglicht worden ist, dieses Buch zu lesen und diese Reihe einfach zu beginnen. Als nächstes folgt eine Neverending Story. Hobei mittlerweile hat sie vielleicht geendet. Und zwar rede ich von House of Nights von PCCast und ChristineCast. Dieses Buch habe ich direkt am Erscheinungstag gekauft, den ersten Band. Und ich habe es geliebt. Dann folgte der zweite und der dritte und ich fand sie unheimlich toll alle. Dann folgte der vierte und der fünfte, waren auch noch echt gut. Und der sechste und siebte und achte und neunte und zehnte und elfte und zwölfte. Ich glaube, es sind mittlerweile zwölf Bücher. Ja, ich habe acht gelesen, wenn mich nicht alles täuscht und der neunte steht auf meinem Sub. Eventuell ist es auch der achte, der auf meinem Sub steht und ich habe sieben gelesen. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ursprünglich sollten es tatsächlich acht Bücher werden. Das wäre voll eine okaye Länge gewesen. Und jetzt sind es einfach zwölf Bücher. Und weil ich, als ich dann wusste, wie viel da noch hinterher kommen wird, habe ich tatsächlich, hat mich so ein bisschen der Reiz verloren. Und da habe ich so, hat mich so der Reiz verlassen einfach. Also ich war dann nicht mehr so ganz gepackt von der Reihe, weil ich so wusste, es kommen noch einfach unheimlich viele Bücher hinterher. Der Auftrag hat mir richtig gut gefallen. Die ganze Story an sich hat mir gut gefallen. Und das, obwohl ich jetzt nicht so viele Vampirreihen lese, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht übermäßig ein Vampirfan, eigentlich eher Werwolf. Aber es hat mir super gut gefallen. Ich fand es richtig schön und den ersten Band habe ich auch verschlungen. Aber es wird am Ende einfach immer noch etwas oben drauf gesetzt und immer mehr. Und ich will die Reihe irgendwann weiterlesen, ja. Aber ich weiß noch nicht wann. Und vielleicht will ich mir erstmal alle Bücher, also alle Reihe, alle Teile der Reihe kaufen, bevor ich dann letztendlich irgendwann mal sage, so jetzt ziehe ich das mal durch und lese die Reihe weiter. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber als nächstes folgt wieder eine Trilogie. Und zwar eine Trilogie, von der ich schon zwei Bände gelesen habe und der dritte sogar schon auf meinem Sub steht. Deswegen kann sie theoretisch bald beendet werden. Und zwar rede ich von Cassia und Kai, von Eddie Condi aus dem Fischer Verlag. Und ja, wie gesagt, der dritte Band ist schon bei mir. Und eine Reihe, um der ich mich ganz lange drum herum geredet habe. Und dann habe ich sie irgendwann mal angefangen und den zweiten Band gelesen. Und ich fand sie auch ganz gut. Aber mittlerweile weiß ich einfach tatsächlich nicht mehr so ganz, worum es ging. Es ist eine Dystopie. Allerdings verschwimmt es so ein bisschen mit ein paar anderen Büchern, wie zum Beispiel Delirium. Also die Armuttrilogie, finde ich, ist, glaube ich, relativ ähnlich. Und es gibt noch eine weitere Trilogie, mit der ich neige, sie zu verwechseln. Deswegen bin ich kopfmäßig einfach gerade nicht so ganz bereit für dieses Buch. Und ich muss wahrscheinlich erst nochmal herausfinden, worum es in Band 1 und Band 2 ging. Damit ich dann irgendwann Band 3 lesen kann, um die Trilogie zu beenden. Aber eventuell werde ich das in diesem Jahr noch in Angriff nehmen. Kissed by an Angel von Elisabeth Chandler ist der erste Band einer Trilogie, wenn mich nicht alles täuscht, bei der ich allerdings nicht so genau weiß, ob ich sie zu Ende lesen werde. Der erste Band hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber jetzt nicht so übermäßig doll, dass ich sagen muss, ich will jetzt unbedingt direkt weiterlesen. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, wie es war, als ich es gelesen habe. Vielleicht war der Drang da noch größer und mittlerweile ist er einfach ein bisschen weniger geworden. Dabei sind es eigentlich ganz süße kleine Bücher. Und die Gestaltung ist auch ganz gut. Es sind weniger als 300 Seiten. Und es ist super schön gestaltet. Seht ihr das? Das hier an der Seite steht Kissed. Und jetzt der nächste Band heißt Loved by an Angel. Und dann wird hier Loved stehen. Also die Bücher sind schön gestaltet. Es hat mir auch ganz gut gefallen. Ich habe eben drin gesehen, ich habe dem Buch damals drei Sterne gegeben. Ich habe auch nur einen Tag gebraucht, um es zu lesen. Aber es ist mittlerweile einfach fünf Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Deswegen weiß ich nicht, wie schnell ich jetzt die Reihe weiter fortsetzen werde. Oder ob überhaupt. Jetzt folgt eine meiner Lieblingsreihen. City of Bones. Chroniken der Unterwelt von... Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Und zwar habe ich die ersten drei Bände gelesen. Das Buch... Also die Reihe wird ja auch total super gehypt. Und ich habe lange, lange gebraucht, um damit endlich mal anzufangen. Und die ersten drei Bände haben mir so gut gefallen. Und ich habe den vierten tatsächlich schon auf meinem Sub stehen. Aber Problem war, ich habe irgendwann mal gesehen, gelesen irgendwo, man soll nur die ersten drei Bände lesen. Wenn man es sich nicht kaputt machen will, soll man lieber vier und fünf weglassen. Blöd. Vier habe ich jetzt schon da, fünf noch nicht. Ich will auch eigentlich unbedingt zu Ende lesen. Aber ich bin einfach noch nicht über diesen Schatten weggesprungen, der diese Aussage halt bei mir ausgelöst hat. Und vielleicht könnt ihr die Aussage ja ein bisschen revidieren und mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr über vier und fünf, über die Bände haltet. Darf ich weiterlesen? Sollte ich weiterlesen? Oder soll ich unbedingt die Finger davon lassen? Ich bin mir da echt nicht so ganz sicher, weil ich liebe diese Reihe. Und ich gucke auch die Serie nicht. Aber den Film habe ich total geliebt. Und einfach diese Welt. Und ich will auch den Spin-Off unbedingt irgendwann mal lesen. Aber ich traue mich gerade einfach nicht weiterzulesen. Ich würde es unheimlich gerne tun. Ich traue mich gerade aber einfach nicht. Deswegen tippt ganz schnell mal in die Kommentare, was ich machen soll. Mary Janice Davidson hat mich mit ganz allein zu dritt in einen super Krimi-Roman, Mini-Thriller, auf jeden Fall einen super Humor von Story entführen können. Cadence Jones ermittelt. Das Witzige bei Cadence ist, dass sie eine gespaltene Persönlichkeit hat. Sie ist zu dritt in ihrem Körper. Und das Ganze ist unheimlich witzig verpackt worden. Wer Mary Janice Davidson kennt, der kennt ihren Schreibstil natürlich. Und ich habe dieses Buch geliebt. Es ist tatsächlich jetzt schon wieder einige Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und da war der zweite Band noch gar nicht da. Mittlerweile ist der zweite Band da. Und ich habe herausgefunden, dass der dritte leider nie erscheinen wird. Der ist aus dem Programm einfach verschwunden. Deswegen ist es jetzt eine Duologie. Duologie. Ich weiß gerade. Ja. Duologie. Ja. Duologie. Und ähm... Ja, der zweite Band ist halt einfach noch nicht bei mir eingezogen. Ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann lesen. Ich habe diese Reihe... Also ich liebe dieses Buch. Und ich möchte den zweiten Band unbedingt lesen. Auch wenn ich es tatsächlich traurig finde, dass der dritte Band einfach nie erscheinen wird. Aber da kann man wohl leider nichts machen. Ebenfalls packen konnte mich eine Jugendbuchreihe, die komplett ohne Fantasy besteht. Und das ist ja heutzutage tatsächlich etwas selten. Und man hätte es auch nicht erwartet, wenn man den Klappentext gelesen hat. Night School von CJ Dorf... Dorf... Dorfety. Wenn ich das richtig ausspreche. Wahrscheinlich tue ich es nicht. Ich habe dieses Buch damals als Leseexemplar gewonnen, bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Eventuell war es Blockteil-Buch. Auf jeden Fall gibt es insgesamt fünf Bände. Zwei habe ich mittlerweile gelesen. Den dritten habe ich auf meinem Sub stehen. Und ich möchte unbedingt weiterlesen. Und ich denke mal, dass ich, wenn ich weiterlese, danach auch direkt Band 4 und 5 hinterher schieben muss. Problem ist gerade bei mir, dass ich ein bisschen herausfinden muss, wieder was in Band 1 und Band 2 genau passiert ist. Ich weiß noch, dass es mir unheimlich gut gefallen hat und dass ich es unbedingt weiterlesen möchte. Aber das Gedächtnis lässt dann doch manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Deswegen, ja, muss das wohl noch ein bisschen warten. Aber ich möchte auf jeden Fall weiterlesen. Der nächste Auftakt einer Reihe kommt aus einem neuen Label. Zumindest kam es aus... oder Inprint. Es kam aus einem neuen Inprint, als ich das Buch gelesen habe. Und zwar rede ich auch von dem Inprint Dark Kiss und habe hier Herzblut, den ersten Band von Melissa Darnell. Auch dieses Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Leider ist mir der Inhalt tatsächlich nicht sehr im Kopf hängen geblieben. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Das Inprint gibt es ja mittlerweile länger. Gut, ich habe leider keinen Zettel hier drin, wann ich es gelesen habe. Aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ja, ich weiß, dass ich auch diese Reihe irgendwann mal weiterlesen möchte. Allerdings hänge ich da momentan nicht so mit Inbrunst hinterher, dass ich jetzt direkt morgen weiterlesen muss. Aber es hat mir gefallen. So viel weiß ich noch. Und weiter geht es mit einem superschönen weißen Cover. Und zwar mit Frostkuss, die Mythos Academy von Jennifer Estep. Ich habe mir gerade erst vor kurzem den zweiten Band zugelegt, weil ich diese Reihe unbedingt weiterlesen möchte. Sie ist eine Zeit lang mal gehypt worden. Andere fanden es nicht so super. Mir hat der erste Band ganz gut gefallen eigentlich. Ich weiß noch, dass ich jetzt nicht total aus dem Häuschen war, aber die griechische Mythologie sagt mir halt schon zu. Und deswegen hat mir dieses Buch eigentlich ganz gut gefallen. Und es ist auch tatsächlich einigermaßen gut zu lesen gewesen. Den zweiten Band habe ich jetzt im Taschenbuchformat. Das heißt, leider passt er farblich einfach nicht mehr so gut rein. Aber ich war dann doch nicht bereit, 5 Euro mehr dafür auszugeben. Vor allem, weil die auch nur das Taschenbuch da hatten. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt nicht das Taschenbuch kaufe, sondern warte, dass ich irgendwann die branchierte Ausgabe mal wieder irgendwo rumliegen sehe, dann dauert es, bis ich mir den zweiten Band hole. Und deswegen habe ich die einfach mal in die Taschenbuchausgabe mitgenommen. Und ich plane eigentlich auch noch im Jahr 2017 diese Reihe weiterzulesen. Nicht zu beenden, aber auf jeden Fall zumindest erstmal weiterzulesen. Und nun folgt wieder eine kurze Reihe aus dem Ink Verlag. Spiel des Lebens von Veit Edzold. Es war ein Buch, das recht spannend war. Und ich habe es vor zwei Jahren gelesen. Da kam ich mit Spannung tatsächlich noch nicht so gut klar. Aber es hat mir eigentlich ganz gut zugesagt. Und ich weiß, dass es noch einen zweiten Band geben wird. Oder gibt. Aber halt noch nicht in meinem Regal. Also es gibt einen zweiten Band zu dieser Reihe. Auch wenn ich absolut nicht mehr weiß, wie das Buch geendet hat, will ich die Reihe auf jeden Fall mal nochmal beenden, indem ich den zweiten Band lese. Vor allem, weil dieses Buch ja nun nicht so dick ist. Deswegen glaube ich auch, dass der zweite Band nicht so dick sein wird. Also von daher lässt es sich, glaube ich, irgendwann nochmal ganz gut beenden. Und von einigen habe ich tatsächlich bisher von Veit Edzold nur Gutes gehört. Ist Liebe stärker als ein Fluch? Ebenfalls eine Halbreihe ist 16 Moons. Eine unsterbliche Liebe. Weiter geht es mit 17 Moons und 18 Moons. Und ich glaube, es gibt sogar noch 19 Moons. Also es ist eine Quadrologie. Und den ersten Band habe ich damals aus meinem Praktikum in einer Buchhandlung mitgenommen tatsächlich. Ich durfte mir ein Buch aussuchen danach. Und ich habe es dann, glaube ich, erst eine ganze Zeit später gelesen. Aber es hat mir gefallen. Und den Film finde ich auch unheimlich schön dazu. Nee, nicht. Beautiful Creatures. Ja, genau. Den habe ich unheimlich gerne geschaut. Und vorher hatte ich natürlich dieses Buch gelesen. Und ich will auf jeden Fall die Reihe weiterlesen. Ich habe bisher noch keinen der Fortsetzungsbücher, der Fortsetzungsbände in meinem Regal stehen. Aber ich weiß, dass ich diese Reihe gerne irgendwann weiterlesen möchte, weil sie mir auf jeden Fall sehr gefallen hat. Jo, und weil dieses Video noch nicht lang genug ist, kommen wir nun endlich zum letzten Buch, das ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Denkt dran, es geht hinterher weiter mit zwei weiteren Videos. Also nicht direkt abschalten. Und zwar möchte ich euch jetzt noch die Reihe Gun vorstellen von Michael Grant. Eine Reihe, die ich auch schon vor Jahren begonnen habe. Aber es handelt sich für mich persönlich um eine Reihe, die sich eigentlich ganz gut zwischendurch lesen lässt. Oder lesen ließ auf jeden Fall in dieser ersten Band. Und ich habe mittlerweile schon Unternehmungen begonnen, die dafür sorgen, dass Folgebände bei mir in meinem Regal landen. Denn ich möchte auch diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Es wird zwar vielleicht ein bisschen dauern, bis ich sie dann irgendwann beendet habe. Aber die Idee dahinter gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und es ist so eine schöne Schrift. Die kann man super gut eigentlich lesen. Und recht flüssig und schnell lesen. Und deswegen denke ich, dass ich diese Reihe beenden möchte. Ja, und mit diesen ersten 16 Reihen, die ich beenden möchte, möchte ich dann auch langsam mal das Video beenden. Es ist wirklich lang genug geworden. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Nochmal die Info, es werden noch zwei weitere Videos folgen. Ich werde es nicht direkt schaffen, es jetzt direkt im Nachhinein aufzunehmen. Deswegen kann es sein, dass der Aufforder ein bisschen anders sein wird. Oder dass es noch ein bisschen dauert, bis die Folgevideos erscheinen. Vielleicht bin ich aber auch clever genug und kann direkt beim nächsten Mal, wenn ein Video erscheint, euch das Video hochladen. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich werde euch auf meinen Social Medias informieren, wie das aussieht. Und guckt auch gerne in die Infobox. Da stehen alle wichtigen Infos drin. Ja, und jetzt ist meine Frage an euch. Habt ihr eine dieser Reihen bereits beendet oder auch nur angefangen? Und wie viele Reihen habt ihr eigentlich unbeendet, also angefangen auf jeden Fall, zu Hause rumstehen? Sind das auch so viele? Ich meine, ich möchte noch mal in Erinnerung rufen. Ich habe jetzt 45 Reihen, die ich euch vorstellen möchte. Das hier waren nur die ersten 16. Kennt ihr davon schon welche? Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Ich freue mich super mega auf eine Unterhaltung mit euch und eine Diskussion. Und ansonsten schaut gerne mal hier an der Seite vorbei. Vielleicht ist der nächste Teil des Videos ja schon da und ich kann euch die nächsten Reihen vorstellen. Dann klickt gerne hier an der Seite mal rein. Ansonsten lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr auch absolut gar nichts. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!